Tag, Tag ihr Leute, wie ihr wisst war ich ja in England, auf diesem Trip habe ich ein paar Fotos geknipst, die ich euch jetzt in dieser Bild am Sonntag-Folge vorstellen werde. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Sehenswürdigkeiten ihr sehr erkannt habt und dann viel Spaß bei dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.